Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier im LS22 auf der Holzler-Map, dem Kanal Münsterland-TV. Für all die neu dabei sind, drückt doch den Abo-Button und ihr verpasst keine weitere Folge. Für alle, die wieder da sind, herzlich willkommen zurück. Ihr dürft gerne den Daumen nach drücken, also der ist ja immer wieder unausgefüllt und der sieht ausgefüllt auch viel besser aus. Naja, für meine fahrerlichen Schädigkeiten gibt es keinen Daumen nach oben zumindest, aber... Ich weiß auch nicht, wie man so eine Einfahrt machen kann, das ist halt nervig. Ja, guck mal, man muss hier 500 mal rein und raus. Ist so wirklich der erste Kritikpunkt, den ich hier an der Map habe. Und das kann natürlich auch an dem Hof liegen, ne? Dass der besonders... Sehr gut, dann geht die nächste Ladung rein. Ich glaube, ein bisschen Platz werden wir noch haben. Okay, habe ich auf jeden Fall angewägt hier. Ah ne, Kleegras an. Klee... Ach so, guck mal, das ist Kleegras. Und das ist jetzt doch Klee, okay. Äh... Ach so, okay, jetzt haben wir beides, okay. Das ist jetzt mal runter und ich hoffe, er wird nicht blockiert, steht nichts oben. So, der ist noch an, das sehen wir dann langsam bewundert. Okay, so jetzt... Komm ich hier gesehen, okay? eine weile oder wenn wir jetzt gerade oder so aus ja auch das könnte man einfach aber irgendwas muss ich ja dann doch tun durch und durch weil das gute ist dass wenn es verschiedene sind haben wir auch hier verschiedene ja lagerflächen ja Ach ja, so schön war die Zeit. Nekalb. Er dreht gerade. Ja, der wird angewinkt, das will ich haben. Öhe durch. Hö, hö, hö. Ja, wiegt schon ein bisschen, ne? Er ist angetrocknet, eigentlich so schwer dürfte es nicht mehr sein, ne? Er dreht gerade. 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 Wo ich dran denke, dass ich hier am Ende stehe. Er dreht gerade. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, da geht die nächste Ladung rein. Das ist schon eine Aufgabe mit dem kleinen Ladewagen. Das ist schon eine Aufgabe mit dem ZDF, 2020 Das ist schon eine Aufgabe mit dem ZDF, 2020 Das ist schon eine Aufgabe mit dem ZDF, 2020 Ja, guckt ihr eigentlich Stefan Raab auf RTL Plus? Ich finde es genial, dass er wieder da ist Die Sache mit Geilflaube, da macht man einfach mal Witz So einen Abo-Button drücken Ich finde es auch persönlich gut, dass Elton raus ist Also ich weiß nicht, warum er aus der Sendung ist Aber wahrscheinlich wegen seiner eigenen Sendung Der passt ja irgendwie nicht Und ich fand den neuen gut Ich fand den neuen gut Der hat natürlich noch andere Schwierigkeiten Lampenfieber vielleicht nicht, aber Kommt ja glaube ich aus dem Showbusiness Das ist aber Wollen wir mal, wir wollen hinten hin Wieder anmachen Und da war zu früh Wenn die Kurve hier echt bezweifelt Ich mag auch die Musik Die Band, die richtig gut spielt Auch dieses letzte Spiel Was die gespielt haben War wahrscheinlich schon dann letzte Woche Je nachdem wann das Video rauskommt Mit denen anders gespielt Hat man schon Schön Ich habe kein Lied erkannt, aber Es hat gut Stimmung gemacht Allein Raab zu gucken Von daher, ich bin froh, dass er wieder da ist Liegt vielleicht noch im Alter Weiß ich nicht Dass man was aus der Jugend wieder da hat Dann hat Raab zum gleichen Tag Geburtstag wie ich Der übrigens ja jetzt auch schon bald sein könnte Also wie gesagt, 20.10. könnte Raab gratulieren Da wird wahrscheinlich überall in den Medien stehen Um So Und woher Und woher Ich meine Da ist auch Da-da-da-da-da Manchmal schlängeln wir uns hier so rein Naja Solange es danach funktioniert Guck, dass hier heute nicht so viel Verkehr ist Das ist ja mit Ballen natürlich einfacher Man presst es auf dem Feld Sammelt es und legt es dann irgendwo ab Also nicht, vielleicht machen wir es dann doch nochmal Aber das ist zumindest das im Lager wird dann nicht schlecht Zumindest nach meinem Infostand Wer kennt den Stand Mal gucken, wo waren wir denn Mal gucken 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 Wir haben jetzt hier die Bahn. Da könnten wir gewesen sein. Wir sind voll und der Anhänger auch. Der Ladewagen. Und was auch vorliegt, ist die Folge schon wieder. Ich fahre noch eben bis hoch. Ein paar Minuten nehmen wir uns noch. Jetzt eben zum Entladen. Und dann wünsche ich euch schon mal einen schönen Tag. Genießt ihn. Drückt noch eben den Daumen hoch, wenn ihr Lust habt. Und es euch gefallen hat. Und wenn ihr neu dabei seid, seid ihr auch herzlich eingeladen. Den Abo-Button drücken und habt den Vorteil, keine Folge mehr zu verpassen. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns bis dahin. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.